Das nächste Paar ist die Startnummer 700, Wanskiers-Cartania, vorgestellt von Lars Gottscholl vom Reitenfahrfahrt in Langstedt-Bollingstedt. Das nächste Paar ist die Startnummer 500, Wanskiers-Cartania, vorgestellt von Lars Gottscholl vom Reitenfahrt in Langstedt. Das nächste Paar ist die Startnummer 500, Wanskiers-Cartania, vorgestellt von Lars Gottscholl vom Reitenfahrt in Langstedt-Bollingstedt. Und das war der erste Paar. Fehlerfreier Ritt mit voller Punktzahl, 44 Punkte in 43,04 Sekunden.